Es ist doch ein schönes Gefühl. Liebe. Und es ist ein bedrückendes Gefühl, wenn man nicht mal sich selbst lieben kann. Warum das so ist, ist relativ belanglos. Die Frage ist, wie kannst du dich selber lieben? Lass uns mal zusammen eine ganz kleine Übung machen. Schließ deine Augen. Denk an einer Person, die dir sehr viel bedeutet, die du sehr leicht mögen kannst. Hast du so eine Person? Wo fühlst du dieses Gefühl? Es kann sein, dass die Person in deiner Nähe ist oder nicht, aber du fühlst dieses Gefühl in dir. Wenn du das Gefühl gefunden hast, versuch es auszudehnen. Mach es einfach größer. Mach es größer und größer, bis du deinen ganzen Körper da drin eintauchen kannst. Kannst du deinen ganzen Körper damit auffüllen, mit diesem Liebesgefühl? Gehen es noch weiter aus. Gehen es so weit aus, dass deine Umgebung, der Raum, in dem du dich befindest, voll mit dieser Liebe ist. Glaubst du, dass man sich selber lieben kann? Manchmal ist man halt abgelenkt. Von sich selbst oder von der Liebe. Und die Frage ist, wie kann ich das, was mich ablenkt, loslassen und meinen Fokus wieder auf die Liebe zu haben. Schau dir das Video über Selbstliebe oder über Loslassen an. Cech www.modisch.rat www.modisch.de www.modisch.risit